Wer dafür ist, dass Fabian in ungerechten Dingen handelt, Daumen hoch. Und wenn nicht... Und ein Traum hoch. Wer glaubt, dass Fabian ein bisschen Kloppe verdient hat, Daumen hoch. Und wer sagt, ich hab Kloppe verdient, der gibt auch Daumen hoch. Daumen hoch. Oh, früh. Nehmen mal einfach so Kommentare. Meister, Eishanter, Fabian und ich. Und dann, wer die meisten Daumen hoch hat, der wird dann getaget. Eine ganze Folge lang. Genau so eine... Hallo, ich hasse das Rampen. Okay, was jetzt? Ja, was dann drin? Wo ist die Kloppe? Daumen hoch. Für was, Daumen hoch? Was war das gerade? Hallo Lex, voll. Ich? Ja, dein Waden, ne? Ja, ich nehme auf, das kann mir egal sein. Das hat nichts mit Aufhängen zu tun. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, das ist ein bisschen der Aufhängen, ich ziehe. Oh, oh. Ey. Ne, ne? Normales Rennen? Ein Rennen noch vor den heutigen Abschluss. Ja, das ist, das tut. Klingt gut. Jo. Was hast du gerade gesagt? Ey, Lust take-t ihn. Das ist zu einfach. Da ist er. Nicht getankt. Oh, nee, ne? Was ist das denn jetzt? Wenn du es uns ein 100 Meter rennst, dann ist das okay, aber... Das ist kein 100 Meter, das ist ein vielleicht 1000 Meter. Mit was für einem Wagen? Revenge Racer. Einem Lieblingswagen, den ich irgendwie nie fahre. Das heißt, ich bin nicht der Letzte. Das heißt, das... Nein, ich sag jetzt gar nichts. Hinn dich vor diesen Heizern in acht. Hey, das ist voll unlogisch. Ich hab gerade... Bei dir stand gerade, du bist, äh... Ach, egal. Ey, Eishunter. Ja? Du bist mein, ähm, Beschützer, okay? Du bist einfach... Ah, ich sag einfach, take-in. Ha. Nein, jetzt dreht sich die Karre, ey. Ich... Ich glaube, das ist nicht mein... Ja! Ja! Applaus. Boah, Meister! Wenn drei sich streiten... Scheiße! Meister ist der sich Freunde. Was ist das denn? Wo werde ich hier gespawnt? Oh, das ganze Rennen ist wieder hin. Ich will noch Revenge haben. Nee, sie haben sie. Eishunter, ich stimme dir in allem zu, was du in den letzten zehn Minuten gesagt hast. Das ist überall das Spiel. Finde ich gut. Ah, den krieg ich nicht mehr. Oh, mach'n Crash, bitte. Ich? Ja, du. Hab' ich doch schon. Ach, ne, hab' ich gar nicht. Ja, dann tu's. Nope. Für die Fans. Wenn ich hier bekomme, mach' ich das vor dem Ziel. Ich will eine Revanche haben. Mist. Ja, du kriegst gleich eine Revanche. Ja, ich will dieselbe Strecke haben. Ja, dann kriegst du auch gleich dieselbe Strecke. Hab' ich kein Problem mit. Ich kann immer noch ein letzter Wind, dann will ich noch eine Revanche haben. Und noch eine. Und noch eine. Alles klar, alles klar. Wir verstehen's. Und take down. Hä, mal den, diesmal den Formel 1 verankern. Ne, der dreht sich auch, den nehm ich nicht. Oder, ne, ich mach' Haustwahl aus, dann könnt ihr euch alle selber was aussuchen. Nein, du machst Haustwahl an. Gut, dann nehm ich Nighthawk. Ne, 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 ne. Ja, der macht Haustwahl aus. Wohl, du willst mich verarschen? Ja, wie, ne, 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 ne. Jetzt bin ich total verwirrt. Meister, Haustwahl oder nicht? Ja, Haustwahl. Toll, eines ist egal. Ja, der eine will nicht, der eine will. Haustwahl. Okay, Haustwahl. Ich wusste, er takt ihn. Schnell! Äh, Auto? Ah. Ey, du hast mich getakt. Oh. Ich wusste, der... Ha. Takt er auch. Äh. Ha. Ach, wo das hat jetzt gepasst. Ha, take down. Äh, ich hab die zweimal getakt. Oh. Äh. Ja, egal. Nein! Ja. Ich hatte, ich hatte ihn da so schön getakt. Äh, nein. Falscher Wagen. Ach man, ich glaub, ich hab das jetzt falsch für sie hier. Was hast du gerade gesagt? Ach ey, Gott. Ich stimme dir auch zu Eiseriter. Ja. Auf was hab ich das denn jetzt versöhnt hier, so ne Kacke. Gleich kommt ein Meister. Ja, ich stimme dir auch zu. Ey, komm, das kann jetzt nicht sein. Machst du eigentlich nur Schnitz und so, Fabi? Nur für dich habe ich es gerade gemacht Hast du das vergessen, den Schnitt zu machen? Nein Sicher? Ja Okay Okay, da wollte ich dir mal glauben Also irgendwie hat das gerade nicht so funktioniert, wie ich wollte Und wir haben jetzt alle Theory-Revenge-Race Schon wieder? Ja Ich war zu doof So, jetzt will ich mal sehen, was jetzt Deine längste Super-Serie besteht aus sechs Deckdowns Der steht bei Ice Santa Bei mir steht es bei dir, Becker Ha, ha, ha Hey, bei mir steht es genau wie bei dir, ne? Bei Ice Santa steht bei mir auch sechs Deckdowns Der steht bei mir auch gerade bei Fabi Aber Meister ist da schon etwas anderes Ach, ach nee So viel Rennen mich für die Gefahren auf einmal Nein Meister, an der Stelle Ey, nein, das Ja Meister, passt nicht Das darf nicht wahr sein Ey, Ice Santa, bitte lass mir diesen Erfolg Ice Santa, du tankst ihn jetzt, ja? Ich komm nicht mal in ihn ran Wer kann dran Das ist Ja, ich mache eh gleich einen Fehler Boah, kannst du dich anders questionen? Ice Santa, gut gemacht Fischstendes Spiel Ja, ich bin immer noch erst Du bist nicht mehr erster Ja, bei mir bin ich noch erster Ja, bei mir bist du auch oben rechts erster, aber du bist nicht erster Der ist nicht letzter Komm, Meister, take ihn Meister Du musst mein letzter hoffen Meister Werde deinem Namen gerecht Vergess du deine Umwelt Tu es Für uns Für Ice Santa Für dich Schande war dich Schande Schande Scheißrenn Ja, ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt Weißt du, ich hab am Anfang ein bisschen synchron gemacht, ne? Ja Ja, ich hätte denn sie so gut wie in der Tasche, das Ich war am längsten Erdrufe, wo war die Wurfen, wo ist es bloß hin? Wo war die Wurfen, wo ist es bloß hin? Wo war die Wurfen, wo ist es nicht so gut? Bei mir steht Bei mir steht, ich hätte gewonnen Und Folge bloß ich Eis Santa, hat die denn so Hä? Bei mir steht er sich aus Was? Was? Das macht überhaupt keinen Sinn Bei mir stand also, ne? Hä? Jetzt Das ist Das ist Das Spiel will mich jetzt echt verarschen Ja, es hat so ein eigenes Leben entwickelt während der Jahre, in denen du nicht gespielt hast Äh Hä? 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 Weg dein Bett Hey Nein 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 Leute Der hat Ruffel gesagt Hä? Hä? Leute Ich hänge hier fest Ja, los, take it Nein, 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 nein Oh Wie lange leben wir eigentlich schon insgesamt noch? Ja, eine Stunde, so passt, ne? Ja, okay, dann reicht es heute, oder? Jo 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 Noch ein Abschlussrennen Noch ein Abschlussrennen Noch ein Abschluss-Teg? Ja Ja Ey, das war aber nicht mein Ich will noch den Abschlussrennen Wie wäre mit dem 100, mit diesem 100-Meter-Rennen? Ja, okay Ey, er wird gespawnt und dann, ja, haha, ja Ich kann auch noch fahren Äh, Fabian Tank Nein, 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 nein So, da sind wir wieder Fraps ist grad abgestürzt, tut mir Leid, und, ja Wie ging- hey, so schnell musst du das wieder hinbekommen? Ja, es läuft gerade die Aufnahme und die Leute bekommen das gerade mit und ich habe so ein Gefühl, dass ich da weg bin. Ich auch. Eigentlich könnte er mich durchschnittlich ein... Ja, Meister! Da haben meine Worte doch geholfen. Ich werde erst mal... Ich kann mich jetzt ins Ziel schieten, aber das mache ich nicht. Ja, ich könnte mich jetzt auch ins Ziel schieten. Und? Ins Ziel schieten. Komm, Fabi, das schaffst du doch auch. So schwer ist das auch wieder nicht. Das macht er jetzt extra. Nein! Mist. Die 35 Meter gingen auch 34 nicht. Das Spiel hat gestürzt. Äh. Scherz. Jetzt macht mir jetzt nicht Angst. Ja, haha. So, was ist denn für heute? Ja. Was war gerade das gewesen? Ich bin gegen eine Mauer gefahren. Hier, warte so. Und ich bin auf dich gefahren. Ja. Ja. Äh. T-Bone? Ach, egal. Dann verabschieden wir uns für diesen Take. Wir sehen uns in den nächsten Aufnahmen wieder. Bis dahin. Ciao. Und viel Spaß mit diesen Videos. Bis dann. Ciao. Ciao. Auch. Toll. Doppeltake. Tschüss. Ciao. So. Ich bin bei Airborne. Ja, ich bin auch bei Airborne rein jetzt. Elf Take-Do.